Warum es Gott gibt. In religiöse Fettnäpfchen trete. Und warum es Menschen gibt. Was macht man überhaupt mit jemandem, aufregend, der zwischen 10 und 16 ist. Spannend. Der Jugendliche oder das Kind. Manchmal auch traurig. Mich nicht mag. Sehr lustig. Ich bin Mirjam vom Berliner Verein Wir Gestalten. Wir vermitteln Patenschaften zwischen Erwachsenen und geflüchteten Kindern und Jugendlichen. Ich war in der Nähe Falafel essen und habe das Plakat gesehen über die Kiez-Patenschaften und über den Verein. Dann habe ich mich entschieden, dass das eine coole Idee ist und dass ich das unterstützen will. Also momentan ist es so, dass ich mich mit meinem Paten, Jugendlichen, Jasan, so einmal die Woche treffe. Und dann sind wir oft auch draußen, wenn es das Wetter zulässt. Und spielen Fußball oder Tiger ein bisschen durch den Kiez. Ich würde sagen, wir sind schon so ein Zweiergespann im Prinzip. Und ich finde, wir harmonieren da sehr gut. Und die Kiez-Patenschaften sind für mich halt einfach eine einfache Möglichkeit, in meinem Kiez direkt was zu unternehmen und diesen Leuten zu helfen, die aus einer schwierigen Situation kommen. Es ist erstmal, dass ich mich jede Woche tatsächlich darauf freue, auch die Kinder zu sehen. Und da merke ich dann auch, dass mir das ein bisschen fehlt und dass ich die Kinder gerne sehen würde und dass ich auch weiß, dass die Kinder mich gerne wiedersehen würden. Es ist etwas, was nicht viel mit den anderen Sachen zu tun hat, die ich in meinem Leben mache. Auch einfach, weil ich sonst nicht viel mit Kindern zu tun habe. In der Hinsicht ist das wirklich was Schönes. Vor allem auch, weil ich vergessen hatte, wie viel man von Kindern tatsächlich lernen noch kann. Wir, das Team von Wir gestalten, unterstützen dich in deiner Patenschaft. Deshalb bieten wir euch unterschiedliche Seminare an. Wir hoffen, dass euch diese Seminare Sicherheit im Umgang mit eurem Paten kennt und dessen Eltern geben. Seit Beginn der Patenschaft nehme ich meinen Kiez ganz anders wahr. Dadurch, dass man oft bei denen zu Hause ist und mit ist, wird man automatisch Teil dieses sozialen Gefüges. Hast du Lust mitzumachen? Dann melde dich bei uns.